Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mutter ahnte gleich, es ist Gina. Und dann beim vierten Mal anrufen, hat sie dann von alleine gesagt, Mama. Und wo ich das Wort Mama gehört habe, ich bin bald aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, jetzt ist Weihnachten, Ostern, alles ein Tag. Das kann man nicht beschreiben, solche Gefühle. Das war wie Feuerwerk in meinem Körper. Doch Gina weiß nicht, wie sie nach Hause kommen soll. Sie hat kein Geld, weiß nicht mal genau, wo sie ist. Ihre Mutter rät ihr am Telefon, sich an die Polizei zu wenden. Nur kurze Zeit später greifen Beamte das Mädchen in Berlin-Reinickendorf auf. Hier hat Gina wahrscheinlich bei einer Freundin gebohnt. Doch was das junge Mädchen tatsächlich erlebt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Denn bisher schweigt sie. Ich denke mir, so wie ich mein Kind kenne, sie hat nicht gute Erfahrungen gemacht, die Zeit draußen. Sie macht einen richtig mitgenommenen Eindruck. Richtig kaputten Eindruck. Rückblick. Seit ihrem zwölften Lebensjahr war Gina Mitglied in einer Mädchengang. Dort klaute sie im Auftrag, bekam im Gegenzug dafür Drogen. Schließlich wurde Gina abhängig und polizeilich auffällig. Im Oktober 2012 kam Gina deshalb in eine Jugendhilfeeinrichtung nach Brandenburg, um eine Therapie zu machen. Doch Gina riss immer wieder aus. Meistens wurde sie nach wenigen Tagen von der Polizei aufgegriffen. Bis zum 30. Juni. Nachdem ein Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung Gina wegen einer Verletzung ins Krankenhaus brachte, riss sie erneut aus. Seit diesem Tag galt Gina als vermisst. Bis zum vergangenen Mittwoch, dem 17. September, fast drei Monate später. Nach der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich Gina freiwillig bei der Polizei. Die Beamten bringen Gina direkt in eine Klinik nach Berlin-Buch. Hier wird sich jetzt zeigen, was Gina in den letzten Monaten tatsächlich durchgemacht hat. Den Eindruck, den sie mir heute gemacht hat, dass sie ziemlich am Ende ist und dass sie wirklich was ändern will. Ginas Mutter Petra Kürthi ist einfach nur glücklich, dass Gina in Sicherheit ist. Sie besucht ihre Tochter so oft sie kann, bis sie entscheiden wird, wie es mit Gina weitergeht. Das war nur ein Beispiel, wie die Öffentlichkeitsfahndung bei Kripo Live und ihre Hinweise helfen können, Polizeiarbeit zu unterstützen. Das war nur ein bisschen, wie die Öffentlichkeitsfahndung. Das war nur ein wenig, was wir tun müssen. Das war nur ein bisschen, wie sie mir heute.